Der Schreibprozess enthält eine ganze Fülle von einzelnen Teilaufgaben, die auf dem Weg zum finalen Text bearbeitet werden müssen. Für die meisten Aufgaben gibt es KI-Tools, die uns auf ganz verschiedene Weise als Assistenten unterstützen, die uns beim Ideenfinden helfen, uns entlasten und unsere eigenen Erzeugnisse optimieren. Im KI-Zeitalter gehört es also auch zur Schreibkompetenz, dass man Tools kennt und dass man sie verantwortungsbewusst nutzen kann, dass man die Kombination von verschiedenen Tools produktiv einsetzt und sie dann mit dem eigenen Schreibhandeln verknüpft. Neben den ganzen Einzeltools wird es in Zukunft bestimmt auch immer mehr Gesamtlösungen, wie zum Beispiel Mimia geben. Hier kann die ganze wissenschaftliche Arbeit auf einer Plattform entstehen, weil diese Plattform uns sowohl bei der Literatursuche, bei der Literaturverwaltung, der Textgenerierung und der Textkorrektur unterstützt. Wie bei den Einzellösungen gilt aber auch hier, dass jede und jeder für sich selber ausprobieren muss, was einer und einem selbst am besten hilft, womit man am besten zurechtkommt und wie man die Tools dann für das eigene Arbeiten fruchtbar macht. Wir als Menschen stehen aber nach wie vor in der Pflicht, unseren Schreibprozess zu steuern, zu überwachen und unser Vorgehen dabei immer wieder kritisch zu reflektieren. Dritt ist in der Pflicht,��. Untertitelung des ZDF, 2020